Bild-in-Bild-Effekt Jede Videospur hat links im Bereich des Spurkopfes eine Schaltfläche namens Track-Vorlauf. Klicken Sie an der Spur, die das Foto enthält, auf diese Schaltfläche. Dadurch öffnet sich das Fenster Track-Vorlauf, das dem Fenster Panorama-Cropping sehr ähnlich sieht. Greifen Sie mit der Maus die linke untere Ecke der Positionierungsbox und ziehen Sie sie nach rechts oben, um die Box zu verkleinern. Die Auswirkung können Sie zeitgleich im Vorschaufenster kontrollieren. Ziehen Sie die Ecke der Positionierungsbox so weit, bis das Bild nur noch etwa ein Viertel seiner ursprünglichen Größe hat. Jetzt ziehen Sie die komplette Positionierungsbox zum rechten unteren Bildrand. Sie können dieser Spur auch einen Schatten hinzufügen, damit sich der Effekt besser von dem Hintergrundvideo abhebt. Das Track-Vorlauf-Fenster hat einen ähnlichen Bereich für die Keyframe-Steuerung, wie Sie ihn schon eben beim Panorama-Cropping-Fenster kennengelernt haben. Aktivieren Sie den Eintrag 2D-Schatten, um der Spur einen Schatten hinzuzufügen. Beachten Sie, dass nun die Spur 2D-Schatten innerhalb der Keyframe-Steuerung hervorgehoben wird. Es ist wichtig zu prüfen, welche Spur hervorgehoben ist, damit Sie wissen, womit genau Sie gerade arbeiten. Da die Schattenspur ausgewählt ist, können Sie den Schatten unabhängig vom Video bearbeiten. Ziehen Sie die Positionierungsbox, die nun den Schatten repräsentiert, nach links oben, damit der Schatten links oberhalb des Videos erscheint. Schließen Sie das Track-Vorlauf-Fenster. Spielen Sie Ihr Projekt ab dem Foto ab. Sie haben gerade einen Bild-in-Bild-Effekt erzeugt. Mit einem Mietwagen gelangen Sie in kurzer Zeit zu den interessanten Schauplätzen. Spielen Sie auf einmal eine Herausforderung stellen. Spielen Sie hier. Spielen Sie in schwerfischen Tempo ab.